tja lieben ich weiß jetzt nicht ob ich das video hochladen darf heute schon ehrlich gesagt youtube geht mir auch langsam am hinteren vorbei ich wollte nur mal kurz auf die füchse eingehen und die marder also es ist folgendermaßen ich sehe hier momentan nur noch den fuchs rüden und der kommt mir irgendwie fremd vor der frisst auch nur hier vorne das ist vorm haus hier also nicht hinten hinterm haus 40 meter da befindet sich ja der altbekannte futterplatz und dem tue ich hier immer auf diese alte lebendfalle hier für ratten lege ich ihm da futter drauf und auch hier in die borke von diesem redwood hier so da kommt er auch hin recht spät also halb zwei nachts und holt sich das nimmt auch was mit die fehl also unseren wo die habe ich ewig lange nicht gesehen ist verschollen irgendwie junge habe ich auch noch nicht gesehen kann aber normal sein ich sehe auch hinten auf dem alten mit den tischen da auf dem futterplatz sehe ich auch nur das marder männchen also herren marder ich sehe nicht mehr frau marder und kind marder also ich füttere nur zwei tiere hier momentan nachts jede nacht fuchs rüde und marder rüde oder wie heißt das bei denen keine ahnung es ist also ein bisschen sehr seltsam verstehe ich irgendwie nicht ganz so und dann mal zu youtube ich werde mich da wie das unsere momentane zensur vorschreibt denn das ist ja hier machen muss doch gar nicht vor das ist doch keine demokratie mehr hier das ist eine habe ich heute tollen begriff gelesen hätte ich auch selber drauf kommen können bei team heimat das ist eine kakistokratie kakistokratie wie kacke nur ohne c altgriechisch kakos heißt schlecht kakistos heißt schlechtester also wir haben es mit einer herrschaft der schlechtesten zu tun wer will das bezweifeln wer will das hier heute noch bezweifeln gegenteil wäre aristokratie agathos gut aristos der beste oder ja der am geadelsten ja also der beste so sucht euch was aus was wollt ihr von einer dame die bekanntermaßen für agitation und propaganda in der alten ddr zuständig war oder sich da reingearbeitet hat beherrscht werden oder wollt ihr von dem besten personal was dieses land bieten kann beherrscht werden beherrscht werden beziehungsweise regiert werden ich habe da so mein mein plan ja so jetzt wollen wir das aber auch gar nicht lange halten weil ich weiß ja noch gar nicht ob ich das hochladen kann und ich werde mich in zukunft zurückhalten mit medizinischen sachen weil da wirst nix da kannst du die wahrheit sagen aber die wahrheit wird halt durch zensur zunichte gemacht beschränkt zunichte gemacht fertig ja das ist kein start mehr in dem ich gerne leben möchte aber vielleicht habe ich auch gar nicht mehr so lange so gut ende alle au ende aus schick aber suchst du denn da aus dem haus super ja geh mal gucken bringen sie mit ja